Und dann sind wir jetzt hier los. Ja, hören Sie auf sich zu wehren. Willst du Ihre Filmaufnahmen noch ein bisschen weiter zurück? Danke, dann können Sie auch da Ihre Filmaufnahmen machen. Können wir jemanden davon ein Foto machen? Was soll denn das hier? Ist das jetzt so brutal? Ist das nicht ein bisschen netter? Ich habe hier gefragt, was los ist hier. Ich wurde ohne irgendwie, ohne was zu machen, hier einfach auf den Boden geworfen. Oh, jetzt haben wir genau drauf, jetzt haben wir schön drauf, den Schlag, jünger Mann. Er hier war Nummer 33, 314. Ich habe den Schlag, habe ich drauf, kann sich an mich wenden, ja. Journalist der FPV, ich wundere mich, was hier los ist. Auf Farben gestellt, wer nicht. Jünger, 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 Jünger. Wir machen Fokus. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein.